So, einkaufen bin ich auch mal wieder gewesen. Heute in einem Fleisch-Feinkost-Laden und ja, ich probiere einfach mal so ein paar Sachen durch, die es da gibt. Einmal ist es hier so ein, keine Ahnung, türkischer 10% Joghurt. Mal gucken, ob der besser schmeckt als der griechische. Ja, ich bin ja auf der Suche nach immer besseren Sachen. Dann gibt es auch einen schönen fettigen Käse hier. Keine Ahnung, was das für einer ist, aber die Inhaltsstoffe sind jetzt auch nur Kuhmilch, Salz und Lab und von daher alles tutti. Blutwurst gibt es auch. Mandeln habe ich noch gekauft und Wildlachs. Den gibt es dann heute ein paar Mal, wahrscheinlich zweimal. Werde ich mal gucken, wie viel die wiegen und das ist natürlich dann auch super. So, heute ist Dienstag und ich habe keinen Muskelkater von den Intervallen gestern und deshalb habe ich mir jetzt gedacht, machst du keinen Tag Pause, sondern gehst du um 20 Uhr nochmal 15 Kilometer oder so joggen. Mal gucken, wie lange ich Bock habe und das Wetter ist jetzt besser, hat aufgehört zu regnen und das muss man auch nutzen. Einfach so quer und ja, querbeet durch die Stadt, durch das Land, wo mich meine Füße hintreiben. Also wir schauen uns da später mal an. So liebe Leute, jetzt mal ganz kurz, was ich heute gegessen habe und zwar habe ich bis 12 Uhr oder so erstmal nichts gegessen, weil ich dann noch gearbeitet habe oder bis 11 Uhr sogar, habe dann aber quasi den Rahmjoghurt und die Mandeln auf einmal gegessen und Alter, da war ich mega satt. Bis heute Abend um halb 10 oder so, da habe ich zwischendurch noch ein bisschen Blutwurst gegessen, aber ich hatte überhaupt gar keinen Hunger mehr heute nach dem Essen und bin jetzt die 10 Kilometer abends gelaufen, hatte eigentlich noch den Lachs noch mit eingeplant, aber das lasse ich jetzt sein, so kurz vor dem Schlafen gehen dann auch und von daher ist das alles heute in Ordnung und wie wir sehen, ich wollte einfach mal ausprobieren. Was ich ausprobieren wollte ist, gestern nach den Intervallen hatte ich den Rahmjoghurt gegessen, also nach dem Sport quasi und hier wollte ich es probieren, vor dem Sport zu essen. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr, ich weiß nicht, das schmeckt einfach, ich kann den ganzen Becher auf einmal essen und ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, esst ihn lieber nachher. Der Joghurt ist noch relativ lange auch im Magen und ihr merkt das auch dann, wenn ihr euch richtig auspowert, also wirklich lieber vorher Sport machen und dann den Joghurt und so viele Sachen, vielleicht waren es auch die Mandeln, die jetzt alle noch mit drin sind natürlich, auf jeden Fall da solche Sachen lieber danach essen. Ich habe auch gestern gemerkt, als ich den Joghurt danach gegessen habe, heute Morgen hatte ich auch überhaupt gar keinen Muskelkater vom Intervalltraining, obwohl ich das eigentlich erwartet hätte, wenn ich damit knapp drei Minuten rumturne und vielleicht hilft das ja, ich probiere das ein bisschen aus. Beim nächsten Intervalltraining werde ich es mal anders machen, da werde ich nach dem Training mal nichts essen und mal gucken, ob ich dann Muskelkater am nächsten Tag habe oder ob das wirklich, also Eiweiß jetzt nach dem Training, dann abends vor dem Schlafen, ob das wirklich einen Effekt hat oder nicht. Das ist das Nächste, was ich ausprobieren werde. Ich kann euch da natürlich jetzt noch nicht zu sagen, ob das jetzt wirklich daran gelegen hat oder nicht, aber das werden wir einfach beobachten. Und ansonsten seht ihr die Nährstoffe, Eiweiß wieder relativ niedrig heute bei mir, Kohlenhydrate natürlich durch den Rahmjoghurt und die Mandeln. Wenn man jetzt mal so rechnen würde, so aus den Mandeln wird nicht die ganze Energie genommen, sondern zum Beispiel nur ein Drittel oder so oder sagen wir die Hälfte. Das sieht das Ganze natürlich auch schon ganz cool aus, aber das kann man natürlich nicht so rechnen. Von daher rechne ich immer die vollen Kalorien und wenn ich dann am Ende mehr abnehme quasi, freut mich das natürlich noch umso mehr. Ja, so sah der Essens-Tag heute aus und ich war mega satt. Ihr könnt es ja einfach mal ausprobieren. Wollt euch mal so einen Becher, 500 Gramm Rahmjoghurt mit 10% Fett. Versucht den mal auf einmal zu essen, da werdet ihr relativ schnell merken, dass ihr extrem voll seid. So, heute zeige ich euch auch noch lustige Sachen, die ich gemacht habe. Ich habe jetzt 10 Kilometer gemacht. Ganz locker, also wirklich nur ganz locker traben. Ich habe mir mal so ein kleines Spiel ausgedacht. Ich habe mir gedacht, versuchst du doch mal so viele Straßen wie möglich bei mir im Ort zu laufen und guckst du mal, wie viele Kilometer du hier zusammen kriegst. Ich bin hier hinten nicht mehr drin gewesen. Ich wollte eigentlich 15 Kilometer machen, aber wurde schon ziemlich dunkel und dann hatte ich dann auch keine Lust mehr. Und ja, so sieht das Ganze aus, wenn man kreuz und quer durch die Stadt läuft. Also ziemlich lustig. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist zum Beispiel mal die Genauigkeit zwischen Pulsuhr am Handgelenk und dem Brustgurt. Wir sehen hier, dass ich hier, ich sag mal, man sieht hier, wenn ich so drüber fahre, so bei 170-160 mal so zwischendurch. Also um die 170 im Durchschnitt bin ich auch bei 168 hier. Also relativ niedrig. Wobei dazu natürlich auch der Anfang zählt, wo ich locker losgelaufen bin. Als Spitze habe ich dann maximal hier so 185. Und man sieht natürlich auch ganz deutlich, wo es dann berghoch, bergrunter geht und solche Sachen. Also wenn es hier bergrunter geht, dann bin ich ganz locker natürlich runtergelaufen. Hier hinten auch. Und ja, die Messung ist natürlich ziemlich genau mit dem Brustgurt. Gemessen hat das Ding 500 Kilokalorien in ungefähr 48 Minuten. Wenn wir uns das Teil jetzt mal am Handgelenk angucken, das habe ich ein bisschen früher angemacht. Und der zeigt mir jetzt hier 960 Kilokalorien an. Gut, der hat wahrscheinlich auch noch die Kilokalorien drin, die ich jetzt innerhalb der Stunde verbraucht hätte, wenn ich quasi das, den Sportmodus nicht angehabt hätte. Aber das ist schon enormer Unterschied. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das zusammenkommt. Aber man sieht auch hier, dass er deutlich eine höhere Herzfrequenz hat. Und das hier auch, zum Beispiel wenn ich bergrunter laufe und so, dass er die ganze Zeit oben bei 487 oder sowas bleibt. Und ja, das sollte euch eigentlich zeigen, dass ihr euch auf diese Armbänder nicht wirklich verlassen könnt. Egal welches ihr kauft. Die anderen sind eigentlich noch weniger genau. Ihr seht, dass das bei mir eigentlich überhaupt nicht passt. Gut, hier am Anfang bin ich dann erstmal losgelaufen. Da braucht das Ding erstmal eine Weile, bis es dann richtig anfängt. Und nach 5 Minuten ungefähr, nach 5 Minuten laufen, hat das erstmal einen Puls so richtig. Also muss man sich eigentlich noch warm laufen. Und ja, so sieht das Ganze aus. Wird nach hinten hin immer höher. Obwohl ich ja auch Schwankungen drin hatte. Als Durchschnitt bin ich dann hier auch ein bisschen höher. Der Durchschnitt, der fängt sich dadurch auf, dass der hier hinten natürlich die ganze Zeit extrem niedrig ist. Wo ich dann hier natürlich dann auch schon bei 5 Minuten hier, wo der andere sich erst gefangen hat, die ganze Zeit dann auch schon erhöhten Puls hatte. Also da sind schon Unterschiede zwischen, also von 10 Herzschlägen pro Minute quasi im Durchschnitt auf die ganze Distanz. Und ich würde das jetzt nicht unbedingt nehmen, wenn ich nach Puls trainieren würde. Ist wie gesagt ein ganz nettes Gimmick, das zu haben so über den Tag. Ein bisschen Ruhepuls und sowas. Aber die Herzfrequenz-Dinger sind einfach noch nicht wirklich optimiert, würde ich sagen. Also da zählen noch so viele Sachen zu, aber da mache ich nochmal extra Video zu. Wollte euch das nochmal kurz hier zeigen. So sieht es nämlich aus.